in diesem video sehen wir uns an wie man in power bi mittels einer rest api json strukturen importiert und natürlich freue ich mich sehr über jeden einzelnen der meinen kanal abonniert und jetzt ganz viel spaß mit diesem video um in power bi nun eine rest api anfrage auszuführen benötigt noch einen api anbieter dazu habe ich folgenden frei verfügbaren dienst gefunden und zwar die reg res webseite die genau für diese testzwecke unterschiedliche apis anbietet des weiteren sehe ich auch die struktur der api bzw der json struktur in unserem fall möchte ich nun die liste aller user von dieser webseite anfragen dazu kopiere ich mit rechter maustaste die adresse oder auch direkt in der url und wechsle nun nach power bi in power bi gibt es nun unter den datenquellen die möglichkeit eine rest api auszuführen diese befindet sich im bereich sonstige und dann das erste web symbol und erhalte nun ein eingabe fenster in der ich nun diese adresse von dieser webseite oder einen anderen anbieter der api angebe ich bestätige mit ok und kommen nun direkt in power bi in den transformations modus und habe dort die möglichkeit diese json struktur in power bi in eine tabelle umzuwandeln wie gehe ich nun schritt für schritt vor im ersten schritt klicke ich nun im bereich daten auf diese liste und kommen nun in eine unterrubrik hier gibt es die möglichkeit nun diese liste welche wiederum eine hierarchie besitzt in eine tabelle umzuwandeln ich bestätige dieses eingabe fenster mit ok kommen nun einen schritt tiefer in dieser json struktur vor nun gibt es in power bi dann die möglichkeit diese spalten zu erweitern dieses symbol hier und kann nun die einzelnen spalten namen beziehungsweise diese diesen hierarchie baum nun auflösen indem ich nun mit ok bestätige die man sieht habe ich nun die ersten einträge beziehungsweise die komplette json struktur in eine tabelle in power bi umgewandelt ich bestätige nun mit schließen und übernehmen und power bi importiert nun genau diese struktur in eine tabelle wie man sieht habe ich nun dieses data seit vorhanden und kann nun meine auswertungen wie gewohnt auf basis dieser json struktur ausführen des weiteren nachdem nun dieses visual dann schließlich die daten geladen hat kann ich jederzeit mit einem mausklick auf aktualisieren drücken und die neuesten daten von dieser api schnittstelle nach power bi laden ich hoffe ich konnte euch die möglichkeit von rest api in power bi näher bringen falls ihr fragen dazu habt hinterlassen wir einfach ein kommentar ich versuche euch zu antworten tschüss und bis bald